Hallo und willkommen zum 14. Part von Minecraft auf der Playstation 4 es ist gerade laut wobei ich jetzt die jahre Sounds ein bisschen stehen sollte Stellung an die Jungen Audio da ist auch da wollten wir uns unterstellen für die Sonne getan hier so wo er stehen wir waren im letzten Mal stehen geblieben dass sie hier noch ausgutaten das sind nun geworden hier ich bin kurz schlafen mit dem herr wird wir waren hier also stehen blieben das Haus vergrößern hier in die Richtung kann man da ganz gut sehen da hinten und wollte noch ein Obergeschoss bauen was jetzt auch sehr schön zu sehen ist hier in 1 3 wir stehen geblieben weil es hier natürlich nach oben gehen dass wir jetzt hier noch ein paar Steine brauchen ich bin jetzt inzwischen geblieben noch leicht leichten Froschenhals habe ich hier unten ist noch ein See da hinten ist noch ein See ich weiß nicht ob wir hier noch was bauen werden oder wollen vielleicht werden wir auch noch was bauen aber erstmal wir sind gespannt wie das hier auch weiter geht bei uns in unserer Höhle dies und das und jenes dann holen wir erstmal weiter unsere Steine ab das tut mir am meisten Spaß da haben wir ein paar hier vorne so zack 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 das passt da ein bisschen hier ein bisschen da ein bisschen das sieht gut aus das läuft so ist mehr wollten wir nicht haben wir die Schöne haben müssen um die Frau heute fertig bauen und ich sage es uns in der in der 15 Folge so ein bisschen aufmachen und Arte und sehr zu starten weil wir dann im Jahr auch langsam mal loslegen müssten das Ziel das ist natürlich wieder tschich ok Julio sind wir also in dem Ohr, das ist doch schön ähm ja das werden wir auch gleich mal nachgucken müssen da haben wir noch Bleib Spitzhacke haben die haben wir auch noch exakt eine Spitzhacke, ich muss Gott lieben Leute Boah, ich tue mich, ich tue das Entschuldigung Alter da kann man vielleicht der kleine Nieser heraus aus mir aber noch geht's ja so dass wir und das Zeug hier Alter nein ich hab keine toll naja auf jeden Fall ich bin gespannt was wir auch in der Linie noch bei Fifa erreichen werden Watch Dogs kommt auch noch, wollte ich eigentlich noch Folgen raushauen irgendwie aber ich müsste mir schon da ein bisschen Zeit geben weil ich mich auch erstmal noch mehr reinfinden muss ich hab ja auch im letzten Video gesagt hab ich einfach länger halt vergessen aufzunehmen und ja ist halt so aber ich werd das alles nachholen beziehungsweise euch ja zeigen hier so so das sieht gut aus, ein bisschen steiner Alter mehr braucht man nicht im Leben zack 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 das scheibe haben könnten und dann wirst du auch wieder hell drin na sehen wir läuft doch wie geschmiert läuft doch wie geschmiert das katze hier naja auf jeden fall geht's jetzt ein bisschen heller hier drin Luft, wollten kann ich mal sagen, ist hier drin wobei jetzt äm ja ja ich nur sag das ganze Stück hier äh 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 das ganze Stück hier voll oder haben wir PC gefunden das können wir auch mal angriff nehmen und ich hab ein bisschen hunger aber das tut nicht zur sache wir müssen jetzt mal weiter fortbauen und passend dazu weiter auf jeden fall hier ist heute da jetzt noch schnell schnell ergangen an zu sagen und dann geil so jetzt machen wir das frei zack zack und dann bjr Julio so haben wir jetzt eine richtig schöne riesengroße Fläche wobei man da die dumme sagen noch ausfedern könnte bei ein wie uns hier wieder war sehr schön das ist doch gut aus so den rest alter den kommen wir uns dann morgen oder nicht mal ab müssen wir ja weil wir jetzt nicht nur schön haben das sieht gut aus und damit sagen bauen wir noch in dieser die letzten paar minuten alter diesen jetzt hier zu ende diesen diesen geil unser haus das ist noch nicht ganz fertig geworden das sollte akzentripten sind treppe werden um da müssen wir gucken ob noch sechs haben dass wir auch dieses weiter noch ein bisschen fahren können würde die tür machen die ist das fertig mal gucken das ist ja auf jeden fall schön groß geworden und wir sagen und wir haben glaube ich noch steaks mehr nicht wie diese oder wir haben auch spitzhacken okay das ist gut spitzhacken mehr wobei wir die ja doch haben und leider hier jetzt ein bisschen baum abhacken müssen für diese folge und ähm leider wird diese folge nicht gestitten weil ich ähm dafür natürlich leider keine zeit habe jetzt hier wieder Sachen zu schneiden ähm bisschen so mein bisschen von meinem schneiderprogramm ist immer auch kaputt das habe ich euch schon in einem langen langen gesagt deswegen gibt es auch kein mittwochsvideo weil das mittwochsvideo sehr abhängig ist vom schneiden falls da irgendwas falls ich jetzt mal so sage ich raushaue und dir das rausschneiden muss muss oder musste ähm dies wird aber auch heute wieder gekommen wenn ich hier bald mit einem neuen pc haben außerdem kommen heute man müssten heute meinen glaube ich meinen neuen Kopfhörer ankommen die ich dann auch mit euch ähm so nach einem kleinen video schnell aufnehme und zeige dass ich die bekommen habe hoffentlich dass sie ähm dass sie gut ankommen also dass sie schöne Kopfhörer sind ich ähm werde ich euch auf jeden Fall mal vorstellen aber wir sind ja halt gespannt was das ist wie mit ihr mich da oder ihr mich damit hören könnt ich hab mal auf Amazon angeguckt das sind eigentlich gute Kopfhörer seien so richtig Zocker Kopfhörer ich bin auf jeden Fall sehr 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 gespannt und dann ähm könnt ihr euch schon wieder auf die nächste Woche freuen denn nächste Woche kommt wieder neue Folge Minekraft raus denn ihr wisst ja momentan kann ich nicht gern ganz ganze Zeit aufnehmen weil ich ja noch äh an Verpflichtungen hab das äh tut mir leid ich werde wie schon gesagt versuchen das wieder ähm zu aktivisieren also werde ich machen ähm ja dann und weiter geht's hier weiter die lassen wir würde ich sagen dass wir hier und die können wir so als Fackel nehmen das ist ja als Holzkohle mäßigartig und das macht dann bestimmt Spaß und so und ich würde sagen dass wir ja ach ja das passt das passt das passt das passt aber diesen einen Holzkick hier können wir noch mitnehmen einfach den wir abbauen damit er noch für uns ist und dann geht's hier runter Alter das ist doch auch gut das sieht doch gut aus so weil es hier da so da kommen auch wieder raus weil es ist ja komisch aussieht sonst aber super so sehr schön gut dann würde ich sagen brauchen wir noch mal das Haus zu Ende und ähm und dann ist auch schon wieder die Folge zu Ende denn sind ja schon wieder bei ein Pärchen paar Minuten ungefähr 8 oder 10 Minuten schon ne 10 Minuten und 5 oder so hast du schon also Leute wie gesagt das unser Haus hier hier kommen noch diese 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 alle hin geil aber ja sowieso nein sie sind ja nicht fest okay okay gut jetzt ist er in den Hängenbleiber geblieben so Leute ich würde sogar sagen dass du so perfekt hast perfekt gut und dann baue ich es nur noch hier boah nur noch hier so hoch ne bei es nicht mal reichen wird start landen da die Enteile dann ne und ja das sieht doch dann vielversprechend aus wenn wir hier oben noch so ein Aussichtsguck habt beziehungsweise wir hier oben noch so ein Turm haben wo man halt dann die ganzen Menschen noch die ganzen Spieler falls ihr sich auch mal mit spielen solltet so ein Künder und das ist ja auch so wie es ist ja auch nicht dunkel gut ähm gut also hier kommt da kommt noch einer gut gut jetzt hier im Dunkeln mal schnell zu Ende führen da ist heute oh perfekt Alter geil stark okay gut super gemacht hat sogar reich für den ganzen umbrunnen Teil fast vielen Dank für das Zusehen heute bei diesem 14. Minekraftfolge auf der Playstation 4 ich bedanke mich natürlich wieder mal und würde sagen bis zum nächsten Mal ich gehe jetzt noch schnell schlafen damit das hier auch speichert haut rein macht's gut und ciao bis zum nächsten Mal sagt euer Farbtopf bis zum nächsten Mal